Hey Leute und Damen und Herren, willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und heute habe ich mal wieder ein freshes Thema am Start. Okay, ein paar Leute haben mir in den Kommentaren geschrieben, Let's Shadow, du darfst nicht mal stöhnen, sonst bekommst du einen Strike. Also da denke ich mir erstmal so, warum darf man nicht auf YouTube stöhnen? Also ich blick das irgendwie selber gerade nicht so durch. Also vor allem, wenn es hier ein Junge macht, muss es doch nicht so schlimm sein. Also das wird vermutlich auch die letzte Folge sein, wo ich stöhnen werde. Also genieß diese Folge einfach. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Und ja, diesen Gegner werden wir mit Links bekommen. Nice, alles klar, da gönnt er sich erstmal den Stuff. Haben wir auch mit Links bekommen. Nein! Alter, ich mich kotze es einfach nur an. Es gibt nur Abstauber in den Runden. Nur verdammt, der Abstauber. Ich finde, man sollte auch Abstauber reporten. Zwar mache ich das auch, aber... Okay, ich nehme es wieder zurück. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, greifen wir ihn gleich an und gewinnen den Kampf. Scheiße, der hat auch einen Bogen. Yeah! Nice! Dann warst du es dann auch schon mit der Runde. Und bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss!